Für das Abenteuer Familie braucht man viel Liebe und die richtige Ausstattung. Lisa und Jan wünschen sich Sicherheit für ihr Kind, vor allem beim Autofahren. Doch worauf muss man beim ersten Kindersitz achten? Was ist das Besondere an Reboardern? Fragen über Fragen. Zum Glück gibt es die Zwergperten. Das sind die Spezialisten für Autokindersitze. Hier bekommen Lisa und Jan fachkundige Beratung mit Probeeinbau und Probesitzen im Auto zu unserem sorgfältig ausgewählten Angebot. Von der Babyschale über den Reboarder bis zum großen Kindersitz. Ob im Onlineshop oder im Ladengeschäft. Wir kennen die sichersten Kindersitze auf dem Markt und bieten nur Modelle an, die wir für unsere eigenen Kinder nutzen würden. Gute Fahrt mit den Zwergperten. Besucht uns im Fachgeschäft oder im Onlineshop.